Die Beluga 2 Seit dem 1. September ist Greenpeace mit ihrem Schiff und einer Ausstellung über Klimaflüchtlinge in Deutschland unterwegs. Nach einer Erführung über das Schiff bekommt man einen Film gezeigt. In diesem Film ist erst die Schönheit und danach das Schrecken unserer Welt zu sehen. Wenn der Film dann zu Ende ist, hält Fawad Durrani, ein Afghaner, der aber trotzdem sehr gut Deutsch spricht, eine Präsentation über das Leben und die Beweggründe der Klimaflüchtlinge. Vor dem Schiff kann man sich dann noch weiter mit den Leuten von Greenpeace unterhalten und natürlich auch weitere Prospekte über die Arbeit von Greenpeace abholen. Ich kann einen Besuch nur empfehlen. Ich möchte auch nichts weiteres mehr darüber erzählen, da ihr es euch selbst anschauen sollt. Die letzten Stationen der Beluga 2 sind nur noch Bamberg, Schweinfurt, Mannheim, Stuttgart und Bonn. Solltet ihr das Schiff verpasst haben und mehr über Klimaflüchtlinge erfahren wollen, dann stimmt jetzt ab, ob ihr noch ein Video darüber machen soll. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, auf Wiedersehen und Planet Earth First.